Es ist kurz nach 2, da ist keine Konkurrenz mehr. Mal schauen, wie die nun sind. Also eher stillschweigen, das kann man machen. Jetzt kommt eine aus dem letzten Jahr, 2022, nochmal. Jetzt kommt eine aus dem letzten Jahr, 2022. weiter geht's mit alien edition 2022 was dann eine fehlplanung war falsch eingekauft dafür gibt es jetzt magic magic immer noch sturmfeuerzeug ein bisschen her so hier auch noch edition 2022 Air Force kurzes technisches problem aber das ist leicht so man hell scheme 2022 so und so an sich so 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 die letzte von 2022 Turbo so hier auch das so Kollege hat es doch hingekriegt alt soll ich die hier anzünden? ne ne wo ist der Schuss Abschussrichtung na das rote ist nach oben aber Wind müssen wir sofort was los ist das ist das ist wegograben aber die Dinger haben nicht hier noch ein weg und nochmal leide kann doch nicht sein wenn die wenn die deswegen im vorfeld ist das so das ist das ist was er auf geht stellt sachen rein und hat keine lieferung und andere haben den Namen komplett teuer ich hab mich böse verbrannt so jetzt lasst euch mal überrasen ist Kassel das ist auf jeden fall nichts lautes anscheinend nicht so penny und kaufland war ich Kassel wieder Komet Kollege von mir der hat eine 3 Kilo Bombe gekauft das Ding ist 600 Meter in die Lüge geflogen explodiert man sich im Dorf die hätten gefühlt Tageslicht haben können ja fällig das ist fällig da bezahlst du mal locker für eine 600 Euro je nachdem wo was drin ist und Schwarzpulver und PKS abwechselnd war abwechselnd war das war's jetzt aber das war's jetzt aber das ist ja gar nichts eigentlich nichts hartes das kannst du das ganze Jahr über ab ach, eine ist drin hier ja oh, letzte Feuerwehrspotenz ist aber gerade so dass es hink bleibt wir schauen jetzt einfach mal was kosmiker die erste mal habe noch nie die geholt ja kosmiker die zweite haben da so ein junges ja da haben junges pärchen haben da gesetzt die haben mich blöd angemacht kosmiker die dritte die macht aber hier woanders dahin wo weg ist sie die für den holen sie bitte ich hatte auch mal ich hatte auch mal kommen vorletzte kosmiker so jetzt absolute kosmiker letzte das macht nämlich besser so wenn die ne gerade hier namenlose nach nicht namenlos aber bei mir für mich geht es nicht für meinen cousin und meinen besten freund die wunschrakete ohne name jetzt kommen sommerroteen ich hatte ja meine nichte wurde 18 august geboren die ist jetzt fünf ja gar nichts groß gehabt von ihrem ober das ist jetzt hier total stillschweigen da können sich die leute jetzt auch nicht mehr beschweren ja 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 ja